6% mehr, das ist fair! 6% mehr, das ist fair! Wir sind hier in Lembo und bereiten uns für den Warnsteig vor, den wir auf dem Marktplatz haben. Ich bin erfreut über die rege Teilnahme von über 3.000 Mitgliedern und ich muss sagen, wir hatten einen total klasse Bahnsteigzug. Ein eindrucksvolles Zeichen an die Arbeitgeber dafür, dass wir es damit ernst meinen. Wir wollen den gerechten Anteil an dem Unternehmensgewinn, das steht uns zu. Weil wir es verdient haben, verdammt nochmal. In der Region Lippe ist momentan wirklich eine sehr gute Konjunktur. Ja, die wirtschaftliche Lage ist bombig, 2017 war klasse. Und wer hat das erwirtschaftet, wer hat dafür gesorgt, dass die Ware produziert wurde, rausgeliefert wurde, dass die vorgelagerten Prozesse stattgefunden haben, das sind die Mitarbeiter. Arbeitszeit runter, das macht uns munter. Arbeitszeit runter, macht uns munter. Wir wollen, dass unsere Arbeitszeiten auch mal zu unserem Leben, zu unserem Bedürfnis und zu unseren Familienpasst, Kolleginnen und Kollegen. Die IG Metall hat, was mir sehr wichtig ist, ja auch den sozialen Aspekt, was man ja auch an der 28-Stunden-Forderung sieht. Für mich auch nochmal ein ganz großer Grund, dass ich IG Metall Mitglied bin. Absolut sinnvoll, notwendig und vor allem richtig ist es, in die IG Metall zu gehen. Je mehr wir sind, desto eher können wir was durchsetzen. Hurra! Hurra! IG Metall ist da! Hurra! Hurra! IG Metall ist da! Hurra! Hurra!